Guten Morgen! Wir sind feier Schüler und sind seit Jahren am Lüse Alin-Maurisch. Und wir wollen hier eine typische Schule nach Hause. Schöne guten Morgen! Einerseits, wir machen hier eine Radio am Lüse. Wir kommen mit den News von der Woche. Vielleicht gehen wir mal Trapenruf. Weil heute ist ein 7. Stock. Den Handy geht für den Allkur an den Adventskalender. Da fängt doch schon die Mathe an. Die Nikola wird gut, hier in der wir in unserem Musikstudio. Weil heute geht das Stück abgeholt für uns große Musikgala, die das hier natürlich online stattfindet. Mit mir ist das Mathe. Ob man es kann, wir heute ein iPad schaffen. Heute sind typische Mähende für uns. Du hast ganz viel Aufwässerung, aber mir wandere viel Licht dabei. Perfekt, für das dir gesicht wird bei uns aus. Oh, und das hat geschaltet. Schnell rüber an der Kunst soll. Räumen an die Adventskalender. An der Kunst dürfen wir mal nicht schwarzen, solange es nicht zu hart geht. Wir machen Paper Food. Mh, den Sushi ist wirklich neu aus. Normalerweise gehe ich mir los an der Zingauer-Pause und Cafeteria ab bis Kaffee gehören. Wir hoffen mir wirklich nicht genug Zeit, dort an der Schlange zu stehen. Wir müssen rüber und schwammen. Typisch Mädels, wir müssen immer im Bauchsturm zu quatschen. Jung ins Bauch. Am Turnen, ich denke, 1.7 Grad Gymnastik. Für zwei Jahre in der Klasse haben wir nicht viel Zeit. Ich muss es sehr am Wasser sehen, viel Tor aufwöhnen zu können. Und immer im Tandy sind viel Zeit. Komm schnell bald Kasschen. Los stellen wir uns ein Defi hier. Was war dann dein Defi, Thibaut? Wir haben uns schon eine Niestkaste gebaut. So, wir haben mal gebucht. Gott sei Dank ist nicht weit wie an der Vorung. Jetzt soll man ein Halt wollen. Also, ich sehe schon nicht lernen. Und jetzt wohnen. Versuch, dass ich die Platte nicht fallen lasse. Dem Dillen werde dann ja nicht in den Schultern geschieht. Du musst meine Bibliothek. Wir machen heute eine Recherche. Nur eigentlich ohne iPad. Ich komme davon damit, dass ich die nächste Schule schon geschieht. Ich komme davon damit und dann noch eine Schule. und Esteban könnte nur mit seinen Tausaufgaben helfen. Lohmann ist jetzt am ersten Stock. Talia hämmelt gerade in ausgestopften Ischen. Startkanal! Puh! Endlich fertig! Lange daraus wirklich lustreichend! Adi! Bis geschwunden am Lieserlin-Mäurig!